Was ist euch persönlich das Wichtigste und das Unwichtigste in eurem Leben? Also, Unwichtigste in meinem Leben, kein ganz eiskalt und klar und deutlich sagen, Fußball. Ja, da geh ich mit. Nee, such dir was eigenes. Ja, okay. Aber hast du was Persönlicheres als Fußball? Also für mich ist jetzt das Unwichtigste Kreuzfahrten. Ja, wow. Fußballspiele auf Kreuzfahrtschiffen. Ja, die Frage zieht natürlich wahrscheinlich so drauf ab, so nach dem Motto. Also, ich glaube, was ist mir so das Unwichtigste? Ich glaube, man kann mich, also mir ist zum Beispiel nicht wichtig, ob du zum Beispiel, also so, ich nehme es jetzt mal als bildliches Beispiel, mir ist jetzt nicht wichtig, ob du eine fette G-Klasse fährst. So ist mir irgendwie Latte. Aber was ist denn, das sind ja alle Sachen, die extern sind. Was ist denn dir für dich persönlich das Wichtigste? Ach so, mit mir selber, für mich, für mich selber das Wichtigste. Übernehme jetzt die Frage einfach. Für mich, für mich persönlich selber ist das Wichtigste, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schokolade. Schokolade. Also komm, ich sag mal was Intelligentes, damit du dich nicht so jetzt irgendwie fühlst. Nee, 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 nee. Okay. Nee, weißt du, eine Freundschaft muss auch ein Safe Space sein, aber keine Komfortzone. Period. Ich glaube tatsächlich, ich muss ein bisschen darauf einzahlen, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, ich mag auch, was mir wichtig ist, dass ich gesehen werde und verstanden werde. Wow. Dass mir jemand zuhört und mir auch immer Fragen stellt, sich für mich interessiert. Das ist mir wichtig. Gibt es was, was dir wichtig ist, was nichts mit der Außenwelt zu tun hat? Ja, wahrscheinlich bei mir selber. Wahrscheinlich so ein bisschen, dass ich mich wohl und wenn ich jetzt selber in den Spiegel gucke, dass ich mich attraktiv fühle, gut aussehend. Sehr oberflächlich, aber das ist schon eine Sache, wo ich mich immer freue. Oh, jetzt juckt es mir ja in den Fingern, daraus eine Zehn-Stunden-Folge zu machen, aber das heben wir uns dann für die Folge, die am 1. Februar rauskommt. Wie gesagt, ich muss um neun im Büro sein, das muss ich mal durchstellen. Ja, das ist ein siebenmal durch. Wir machen hier so ein Alles-Gesagt-Podcast. Komischerweise ist das aber auch ein Zustand, den ich nie erreiche. Aber es ist schon so, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe und mein Outfit sieht okay aus und denke schon, cool, Hose passt zum T-Shirt und so, dann ist das eine Sache, die mir wichtig ist, weil mir fühlt es sich wohl an. Parfüm ist mir auch sehr wichtig. Das kann ich ein Stück weit schon nachvollziehen, dass ich auch gerne rausgehe und mich gut fühle und dazu gehört natürlich auch gut aussehen fühle oder attraktiv fühle oder so. Sonst würde ich mir ja nicht irgendwie überlegen, was ziehe ich heute Abend an. So, das kann ich verstehen. Bei mir persönlich glaube ich unwichtig, es ist gutes Essen. Ja, verstehe ich auch. Ja, es ist super schwer, so eine Liste zu machen. Also klar, gutes Essen ist auch wichtig, aber würde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf die Liste nehmen, weil es sich dann doch irgendwie, aber ja. Dann beantwortet du mal, was ist denn dir wichtig? Mir würde spontan einfallen, Selbstbestimmung ist mir super wichtig, ist glaube ich das Wichtigste für mich. Weil du ein Adler bist. Ja, also mal davon abgesehen, ich könnte jetzt natürlich auch die ganzen Menschen aufzählen in meinem Leben und so weiter und dich und bla, aber das ist ja irgendwie auch logisch, dass das auch wichtig ist, aber Selbstbestimmung bedeutet für mich, also meine Zeit ist mir super wichtig, in die Richtung zu gehen, in die ich gerade gehen will, ist mir super wichtig, das machen zu können, was ich machen will und ich kann ja nicht alles machen, was ich machen will, aber die Möglichkeit zu haben, weißt du, also das finde ich wichtig. Ja, du kannst halt so eine Liste halt ultra lang machen, da sind ja auch so viele Charaktereigenschaften drin, wenn man mal sich selber so spiegelt wie, keine Ahnung, ich bin halt auch jemand, der voll gerne zuhört, aber ich würde eigentlich auch was ganz anderes hinaus. Gesellschaft ist dir ja wichtig zum Beispiel, ne? Ja, so zuhören, Gesellschaft, dann auch nicht verurteilen zu sein, anderen Menschen gegenüber zu sagen, so ey, das was du gerade gemacht hast, hast du gemacht aus dem Grund und es ist nicht schlimm. Aber ey, man kann auch... Weißt du, das sind halt so viele Sachen. Aber ich finde, was uns zum Beispiel, glaube ich, unterscheidet ist, dass Gesellschaft bei mir nicht so einen hohen Stellenwert hat wie bei dir zum Beispiel. Also ich glaube, dass dir Gesellschaft, Menschen, Freundschaften oder was heißt Freundschaften, aber halt auch mal wegzugehen und so in guter Gesellschaft zu sein, für dich viel wichtiger ist, als für mich könnte monatelang auch auskommen, ohne mich mit Menschen zu dürfen. Ja, genau, ich lerne gerade, dass ich Gesellschaft mag, aber dieses Weggehen mag ich, aber so Freunde, feste Freunde mag ich gar nicht, weil es mir zu anstrengend ist, aber so Weggefährten mal zu treffen und mit denen so auf eine bestimmte Zeitperiode eine gute Zeit zu haben, super geil, weil es nicht so anstrengend ist einfach. Kann ich verstehen, obwohl ich ja auch jemand bin, der sich gerne auf Leute einschießt und so, also auch mit Beständigkeit ist mir auch wichtig. Fuck, Alter. Ja, ja, weiß, aber nicht bla. Das ist aber interessant, aber auch mal auf materialistischer Seite, mir sind meine Kopfhörer unfassbar wichtig, also das ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich immer Kopfhörer habe, weil ich gerade so, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, ob mir jetzt irgendwie sowas materielle Dinge wichtig sind und ja, na klar, da würden mir schon Sachen einfallen, also klar, mein Laptop ist mir auch super wichtig, weil da ist mein ganzes Leben drauf und meine Existenz, aber ich glaube, eine Spielekonsole oder ein Fernseher wäre mir jetzt nicht so wichtig, weißt du, ich bin gerade so durch meine Wohnung gegangen und habe so überlegt, okay, worauf könnte ich jetzt verzichten, ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn es jetzt um alles geht würde, um diese große, die Frage super intelligent zu beantworten, wäre es bei mir Selbstbestimmung, das ist für mich das Wichtigste, wenn ich fremdbestimmt bin, dann fühle ich mich ganz unwohl und ich habe so eine dolle Abneigung dagegen, dass die mich krank machen würde, also meine ich jetzt ernsthaft, das würde mich dauerhaft irre machen und aggressiv und zu einem Problem Menschen, weil ich merke das, wenn manchmal, ich bin ja auch manchmal fremdbestimmt, geht ja nicht anders, ich kriege schon das Kotzen, wenn ich von der GEZ einen Brief kriege, obwohl ich das schon bezahle, dass ich jetzt nochmal irgendwie angeben muss, ob ich irgendwie ein Firmenradio habe oder so, das nervt mich schon, ich bin mir so, Alter, und dann schreiben die da rein, bitte antworten sie in zwei Wochen und schon da kriege ich einen Hals und denke mir so, du sagst mir nicht, in welchem Café sitzt dein Vater, dass du mir sagst, dass ich in zwei Wochen beantworten muss, ob ich noch ein Firmenradio habe. Naja, Gefendungsbrief kommt jetzt bald von der GEZ. Okay.